Ich möchte dir was vorlesen. Wie die Massen war ich gefesselt, als ich zum ersten Mal sah, was du alles bist. Ich hörte deine Ansprache. Ich wusste, wir werden laut sein. Ich dachte, das bezöge sich auf die Straße. Die Black Panther sind die größte Bedrohung für unsere nationale Sicherheit. Unser Spionageabwehrprogramm muss den Aufstieg eines schwarzen Messias verhindern. Ihnen stehen 18 Monate für den gestohlenen Wagen, 5 Jahre für den Missbrauch eines FBI-Abzeichens bevor. Oder sie können nach Hause gehen. Was wollen sie? Näher in Hampton rankommen. Die Black Panther werden eine Rainbow Coalition beben. Was unterdrückt den Brüdern und Schwestern in allen Farben? Neutralisieren Sie ihn mit allem, was dafür nötig ist. Amerika steht im Moment in Flammen. Und bis das Feuer nicht gelöscht ist, ist alles andere unwichtig. Überleg mal, was wir zusammen erreichen können. Wir können die gesamte Stadt retten. Dass es so sein wird, haben Sie mir nicht erzählt. Das sind keine Terroristen. Hey, wir haben eine Ratte, Mann. Weiß sonst noch wer über mich Bescheid? Niemand kennt Ihre Identität. Sind Sie sicher? Wir erziehen. Wir pflegen. Wir ernähren. Und wir beeinflussen. Vielleicht sind unsere Körper zu mehr fähig, als nur zum Krieg führen. Wir schreien. Und wir rufen. Und wir leben nach dieser Hymne. Aber ist die Macht des Volkes das Lösegeld wirklich wert? Als ich mein Leben dem Volke widmet habe, habe ich mein Leben geopfert. Du kannst da rausgehen und darüber reden, einen revolutionären Tod zu sterben. Weil in deinem Körper kein anderer Mensch heranwächst. Da, wo das Volk ist, ist die Macht. Da, wo das Volk ist, ist die Macht.